schönen guten abend und herzlich willkommen zu einem kurzen video update zum deutschen aktienindex dax wir schauen hier auf die strategische analyse zum deutschen light index die ich am 18 januar also am vergangenen samstag erstellt habe so und wir starten wie immer mit dem trend guard chart wo es um die trend ausrichtung und die relativ und die relevanten unterstützungen und widerstände geht also wir sehen der dax ist nach wie vor steigend ausgerichtet innerhalb eines aufwärts gerichteten trend kanals der seit august 2009 10 existiert dieser wurde zuletzt im januar auf seinen bestand hin getestet wir haben also hier einen test dieser unteren kanallinie vollzogen beziehungsweise der dax hat das erfolgreich erst mal gelöst und ist nun wieder innerhalb dieses aufwärts gerichteten kanals mittig unterwegs um das mal so zu klassifizieren ich habe hier jetzt mal eine kanal retracement linie für sie gezogen das ist die orange farben gestrichelte das ist also ein retracement level innerhalb dieses kanals und ja relevante marken für diese woche haben wir mich hier im linien support bei 13 140 und auf der oberseite bei 13 971 also das ist die oberkante des aktuellen kanals wir gehen jetzt dann noch mal weiter zur wellenanalyse die ich hier jetzt auch für sie aus der tmma mal eingefügt habe denn ich denke es momentan ganz wichtig auch mal ein blick auf die wellen zu werfen also wir laufen hier ja in der primär impuls welle 3 diese kann hier im bereich 13 500 punkte bereits beendet sein weitere ziele aus der wellentechnik liegen bei 13 643 oder sogar bei 14 200 punkten also irgendwann im ersten quartal das kann also jetzt schon im januar sein aber nehmen wir mal das erste quartal als korridor als zeitlichen korridor also im ersten quartal erwarte ich hier den abschluss dieser doppelt geklammerten welle 3 das ist der die primary impuls welle 3 abschluss und dann ein münden in die welle 4 abwärts das dürfte dann auch eine etwas deutlichere korrektur sein weil dann halt der anstieg seit august letzten jahres korrigiert wird so hier dann für sie noch übersichtlich die horizontal marken für die laufende woche erste unterstützungen 13 1204 nächste sehr sehr wichtige unterstützung horizontaler art ist das tief auf aus dem dezember bei 12.887 punkten und auf der oberseite haben wir im augenblick lediglich das allzeithoch vor der brust bei 13.597 punkten also dieses allzeithoch ist nach wie vor im fokus die us-märkte haben ja bereits in der vergangenen woche wieder neue und frische allzeithochs gemacht mal sehen ob der dax auch die kraft aufbringt um in der laufenden woche hinterher zu ziehen vielleicht gibt es ja den ein oder anderen schönen kommentar zu den automobilwerten denn die haben den dax in der vergangenen woche ein bisschen in schach gehalten beziehungsweise haben als nicht unerheblicher bremsanker fungiert denn es ging sowohl bei den automobilwerten also beinahe kontinental abwärts in der vergangenen woche aufgrund äußerungen von seiten donald trump vielleicht können die jetzt in der laufenden woche den dax ein bisschen anschieben und dann mit dafür sorgen dass der index hier ebenfalls ein neues allzeithoch markiert grundsätzlich wird es allerdings nicht leichter auch wenn der dax hier ein neues allzeithoch markiert denn wir sehen hier der schub seit august vergangenen jahres der wird jetzt schon ein bisschen müde also wir sehen dass hier im tageschart beim macd auch beim rsi negative divergenzen der adx deutet darauf hin dass ein ausbruch bevorsteht also die indikatoren im tageschart die zeigen ein eher gemischtes bild großartige impulse kann ich hier nicht feststellen zumindest nicht auf tagesbasis im wochenchart da sieht es ein bisschen positiver aus aber grundsätzlich ist diese rallye die jetzt seit august vergangenen jahres läuft und die immerhin über 2000 punkte schon nach oben gebracht hat ist die an einem punkt wo die reif ist für einen rücksetzer und man sieht dass auch die indikatoren sind ein bisschen müde kommen nicht so wirklich hier unten aus dem aus dem quark und haben auch negative divergenzen produziert nichtsdestotrotz solange der dax hier oberhalb von ich sag mal 13.260 notiert beziehungsweise hier oberhalb von 13.140 bleibt das gesamtbild grundsätzlich erstmal freundlich nach meiner bewertung und eröffnet somit dann auch noch ein bisschen luft auf der oberseite ja also das mal für den augenblick ein kleines update gibt es dann am kommenden mittwoch bis dahin wünsche ich ihnen jetzt erstmal alles gute einen schönen montagabend noch und freue mich dann wenn wir uns das nächste mal hören bis dahin ihr thomas jansen chief investment officer bei investor guard punkt com